Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Days Gone. Ich bin hier gerade wieder am Funkturm, damit wir nochmal mit Boozer sprechen können. Hä? War das ein Funkgerätgeräusch gerade? Wollt da jemand was? Komische Geräusche. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Und danke für den Daumen nach oben gestern bei der Folge. So, Deacon hat auf jeden Fall einen Plan, wie er Sarah hier rausbekommen möchte. Mal gucken, ob er Boozer jetzt davon erzählt. Und danach müssen wir noch eine Kopfgeldaufgabe machen für den Colonel. Und seine Bibel zurückholen. Und wenn dann nichts weiter auf mich wartet, kein Auftrag mehr auftaucht, dann werde ich mit Sarah fliehen. Das wird bestimmt spannend, ey. Mit einem Nero-Hubschrauber. Hoffentlich geht dabei keiner drauf. Außer vielleicht der Colonel, der kann weg. Boozer, hörst du mich? Ich will aus Lake Camp kommen. Deak, wie schön von dir zu hören, Bruder. Wie läuft's? Äh, ja, es ist alles bestens, Boozman. Es ist alles gut. Ach ja? Blödsinn. Wie lange kennen wir uns? Komm, was ist da los, Bruder? Äh, ich, äh, hör zu, ich, ähm, Sarah, also, das ist eine lange Geschichte. Sie ist Teil der Miliz da unten und sie will mit mir herkommen, aber, aber jetzt zwingen sie sie da zu bleiben. Sie wollen uns nicht gehen lassen. Was zum Teufel? Hier kommt er nicht weg? Scheiße, Deak. Okay, ich, ich schnapp mir Iron Mike und, äh, Ricky und so und wir finden einen Weg zu euch. Wir... Boozer, nein, nein, du verstehst das nicht. Hier sind hunderte, hier sind hunderte Bewaffnete. Die haben Waffen von der Nationalgarde, vom Militär. Hey, das ist mir total scheißegal. Wir werden... Oh, verdammt, jetzt hör mir zu. Du, wir, ihr Anführer, der Colonel, der darf nichts von Lost Lake wissen, okay? Er, er ist verrückt, Boozer, absolut durchgeknallt. Die Miliz greift jedes Camp hier an, das sie findet. Drifter, Herumtreiber, Camper, das ist denen scheißegal. Verdammt, Deak. Ich komme schon klar, okay? Ich hab da so ne Idee. Aber, wenn mir was zustoßen sollte und wenn du nichts mehr von mir hörst... Deak, ich, du wirst das ganz sicher schaffen, wie gesagt, okay? Du schnappst dir Sarah und bringst sie so schnell wie möglich her, klar? Ja, Boozman, alles klar. Okay, das ist schon besser. Ähm, ich hör dich nicht mehr. Ich kann... Deak? Deak? Alles klar, Bruder. Alles klar, Deak, ein Ende. Ich hör dich nicht mehr. Er sagt auch einfach gar nichts. Das ist denen egal. Wieso nur 34% eigentlich? Iron Mike Camp. Ja, supi. Aha, das ist kein Leben. 100%, nice. Neues, äh, das sieht aber tof aus. Einfach nur blau. So. Dann machen wir jetzt das Ding da, was man kaum sieht. Kopfgeld. Das müsste ja hier wieder 12 sein. Es ist aber nur 12 von 13. Ein Campjob fehlt. Es ist fast genauso wie, wie... Wie bei, ähm, Copeland. Kann natürlich auch sein, dass das vielleicht erst später kommt. Wenn man irgendwie mit der... Mit der Geschichte fertig ist und man dann wieder zurückreisen kann. So, ich glaub, dass Copeland sich auch erst meldet, wenn ich wieder zurück in den Norden kann oder sowas. Wer weiß. Bei Tucker im Camp hatte ich alles fertig. Lost Lake auch. Nur bei Copeland nicht. So. Ich weiß nicht, ob... Das ganze Gebiet hier ist doch so... Vernetzt auch wegen Funk und so. Ob dieser Funkspruch nicht abgehört werden kann jetzt. Wo er einfach mit Deacon gesprochen hat. Wie ist mein Bike umgekippt? Schwerkraft wahrscheinlich, ne? So, schnappen wir uns den Typen. Das wird keine Verfolgungsjagd. Denk ich mal. Das wird eine normale Kopfgeldaufgabe, wo ich wieder ein paar Leute ausschalten muss, glaub ich. Hier lang. So, den Baum wollte ich so so anstreifen. Das ist so quasi, ähm... Wie man auch ein Revier markiert, weißt du? Na? Boah, diese Freaks sind wir hier. Ist das hier schon mal den Zelten? Nee. Ein Stückchen weiter noch. Ach, hier war ich schon mal. Bei dem abgebrannten Haus. Hallo? Warum macht das Funkgerät immer so Geräusche? Ich sag doch, die... 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 Die hören mich ab. Die haben mich verwandzt. Okay, Private Myers. Wo zum Teufel steckst du? Wenn ich das wüsste, ne? Dann hätte ich den ja schon. Och, nö, der... Äh. Hören die dazu? Nö, ne? Nö. Moment mal. War das etwa deine neuen Kumpel? Scheiße. Die sind da oben, aber hier... Es steht nicht dran, dass ich ein Bike brauche. Also geh ich mal... Ich... Ich... Ich schleiche mich zu Fuß an. Wo zur Hölle bist du, Myers? Da unten sind Gegner. Hat mich gesehen. Wow, da ist der Zweite. Er rennt einfach vorbei. Das ist schon mal gut. Der kommt direkt zum Busch, ne? Dann kann ich ihn aus... Wegmessern hier. Komm doch einen Schritt näher, ey. Wo ist ein anderer hin? Der läuft ganz weg. Den würde ich auch gerne ausschalten. Wo will der hin? Vor allem rennt er zu Fuß. Der ist bei meinem Bike. Ey, nimm die Finger da weg. Wenn da Fingerabdrücke drauf sind, ne? Ich hack dir alle Finger ab, ey. Ich mag es nicht, wenn man an meinem Bike rumfummelt. Nee, weil es nicht du. Tja, da hilft dir dein Helm auch nicht. Er hat sich mal eine Nackenstütze eingebaut. Eine Rohrbombe hat er noch dabei gehabt. Sehr schön. Eine Bratpfanne? Nice. Das wäre doch mal eine... ...richtig geile Nahkampfwaffe. Eine Bratpfanne, da macht man doch ein paar Nägel ran. Da kommen welche! Ah, die habe ich nicht gesehen. Das sind alle Anarchisten. Die hat mich auf so ein angemaltes Gesicht. Ich muss aufpassen. Ich muss... Ich muss aufpassen. Ja, ja. Deacon! Ähm... Pass mal auf. Ist da im Turm noch jemand? Nein. Mehr sehe ich nicht. Ich bin in Deckung. Aber danke für den Tipp. Die kamen hier nicht hoch. Ah, hier geht's. Jetzt ist da gerade einer runtergesprungen. Ja, ich hab's gehört. Ah. Ich bin alleine. Hol ihn vom Bike. Ja, holt mich mal vom Bike. Das ist... Das ist ein guter... Guter Text. Okay. Okay. Jetzt haben wir uns mal rum. Sind die da unten wieder? Jetzt hab ich aber hier die... Die gute Position hier oben. Die kriegt mich nie. Ah, scheiß Helme. Ich muss hier weg. Das waren immer noch nicht alle. Diese Musik erinnert mich immer so ein bisschen an Borderlands, finde ich. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Vielleicht hier oben ja noch was. Moment mal. Moment mal. Was denn? Oh ja. Das ist er. Das ist er. Oh ja. Hier... Hier sind sie. Okay. Okay, Maja. Man sagt ja... Ruhe in Frieden, aber... Das lass ich wohl lieber. Okay, ich hab die Bibel des Körnels. Die hab ich. Au. Haben die eigentlich noch einen Steinhaufen stehen? Ich könnte doch einen Steinhaufen gebrauchen. Krieg ich, glaub ich, sogar eine Trophäe. Sind doch Anarchisten. Die stellen doch, glaub ich, überall Steinhaufen hin. Okay, gut. Und jetzt bringe ich das zum Körnel. Ja, ich will das nicht zum Körnel bringen. Dann muss ich wieder mit denen reden und so. Kein Steinhaufen mehr? Der das Gebiet hier irgendwie markiert von denen? Schade. Naja, zum Bike muss ich sowieso zurück. Okay, zurück zum Körnel. Hier haben wir nichts mehr gerade. So. Wenn ich die Quest abgegeben hab, bin ich aber auf jeden Fall hier Rang 3. In dem Camp. Und kann mir die Magazinerweiterung noch kaufen. Das ist richtig gut. Und dann ist mir der letzte Camp-Auftrag auch egal. Steht Kuri jetzt hier draußen? Nicht in der Höhle, da unten wieder? Nice. Nice. Das ist noch besser. Kann ich jetzt gleich hierbleiben zum Einkaufen. So, da ist er. Colonel Garrett. Sir. Corporal St. John, richtig? Ja, Sir. Ich hab den Fahnenflüchtigen gefunden. Private Myers, Sir. Und hier ist Ihre Baby. Und der Allmächtige habe das letzte Wort. Haben Sie ihn lebend hergebracht? Am Sammelpunkt wartet schon eine Schlinge auf ihn. Äh, nein, Sir. Die Anarchisten waren vor mir da und folterten ihn zu Tode. Bedauerlich. Doch Gottes Wille ist Gottes Gerechtigkeit. Äh, ja, Sir. Weitermachen, Corporal. Dankeschön. Okay. Immer wieder ist auch so Corporal St. John, richtig. Als wüsste der nicht, wer ich bin. Zack, da haben wir es. 25.000. Kopfgeldjäger 100%. Ähm, nö. So. Infizierung ging es 100%. Das 100%. Man merkt, das Spiel geht Richtung Ende. Vertrauen erhöht. Stufe 3. Corporal Deacon St. John. Sarge, wie geht's denn so? So. Okay, ja. Jedes kleine bisschen hilft, oder? So, jetzt habe ich die fetten Magazine für die fetten Waffen. Oh, man macht doch dicke Hose. Du hast wohl ein Loch in deinem Portemonnaie, wie? Bitte sehr. Blendgranaten kann ich jetzt kaufen. Ja, du machst mich noch zum Millionär, was? Konnte ich vorher auch nie kaufen, genau. Okay, das ist schon besser. So, fertig. Ja, okay. Fertig hier im Camp. Corporal St. John. Wir sehen uns, ja? Guck mal, jetzt habe ich da 275 Schuss und bei unten 105er Magazin jetzt. Guck mal, bei der Chopper, Chicago Chopper, sind 80 Schuss drin. Und bei einem schweren Ding 105. Im größten Magazin überhaupt hier im Spiel, ey. So, das war's. Campjob 12 von 13. Einer fehlt halt, aber, ja. Entweder er kommt noch oder er kommt nicht. Ich streite mich nicht drum, wie gesagt. Ich gehe jetzt da oben hin. Und dann werde ich hier flüchten. Wobei, ich will, ich will... Hey, Sergeant. Ich will vorher lieber nochmal das Spiel speichern, bevor ich da hochgehe. So. Weil man verlässt ja hier auch dann den Süden, ne? Mit Sarah flüchten, da habe ich Bock drauf. Ja. Puh, das wird bestimmt spannend jetzt. Uiuiuiui. Ich will niemanden verlieren. Außer den Colonel würde ich gerne über den Haufen schießen. Cooey von mir aus auch. Ich traue denen ja eh alle nicht, den Miliztypen. Ich hatte eine Offenbarung. Gestern kam eine neue Gruppe Rekruten hier an und sie wurden bereits vereidigt. Sie kommen von weit her, aus Osten, Westen, Süden und Norden. Ihre Ankunft an diesem Ort zu dieser Zeit ist kein Zufall. Sie berichten uns von weiteren Camps, wie das im Süden, das wir gesäubert haben. Camps von Degenerierten, Drogenabhängigen, Dieben und Mördern. Wir werden bedroht. Wir alle. Jeden Tag leben wir im Schatten des Todes. Doch diesen Schatten werfen nicht die tollwütigen Freaks, die uns umgeben. Gar nicht wahr. Sie sind Teil von Gottes Plan. Er hat recht. Sie sind Teil von Gottes Strafe. Ja. Nein. Nein. Es sind nicht die Freaks, die drohen, uns zu vernichten. Jawohl, Karl. Jawohl. Es sind unsere Mitmenschen. Ja, richtig. So ist er. Wie Noah. Vor uns. Ja. Bauten wir eine Arche zur Rettung der Menschheit. Ja. Für die Rettung des Wissens. Zum Wiederaufbau, wenn die Flut sich zurückzieht. Ja. Wiederaufbau. Doch in dieser Zeit, hier am Ende der Welt, lässt Gott nicht die Ozeane ansteigen, um in einer Flut die Verdammten zu ertränken. Nein. Es gibt keine Taufe durch das Wasser. Nein. In dieser Endzeit sind wir die Flut. Ja. Wir ziehen aus, um die Welt zu taufen. Ja, so ist das. Mit Feuer. Heute beginnt unser heiliger Krieg gegen jene, die Gottes Zorn erregt haben. Wir ziehen nach Norden. Wir finden die Verdammten. Und Säubern. Panzerfäuste deaktivieren und Anti-Luft-Raketen und so weiter, ey. Jetzt sind alle Camps, Lost Lake und so. Die sind alle in Gefahr. Alle sind sie in Gefahr, weil jetzt der Colonel nach Norden ziehen will, ey. Ganz genau. Geht weiter. Das ist heftig, ja. Stellt euch gegen den Colonel. Meine Güte. Das ist eine Anti-Air. Das ist eine Stinger. Sarah, äh, Lieutenant Whittaker. Kommen. Verdammt. Halt durch, ich komme. Keine Verbindung, oder? Ist sie nicht da? Von wem hat er die Informationen, von welchen Rekruten? Da müssen ja welche von da gekommen sein, ey. Mann, ey. Zum Beispiel. Kannst du das nicht, was auch immer du da tust, draußen machen? Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Tja, scheiß auf seine Befehle. Hey. Nicht so vorlaut. Die Dinge ändern sich hier und wer seine Befehle nicht befolgt. Boing. Mach ihn kaputt, Junge. Boing. Boing. Sind wir sicher? Alles klar, die Luft ist rein. Okay. Was ist der Plan? Du musst deine Sachen packen, wir gehen. Wie sollen wir hier rauskommen? Es sind überall wach. Hey, vertraust du mir? O'Brien. Ich höre. Wir steigen jetzt auf den Gipfel und wir haben nur einen Versuch. Verstanden. O'Brien, Ende. Wer ist O'Brien? Wo gehen wir hin? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Hast du alles? Wir kommen jetzt zurück. Ja, ich bin fertig. Gehen wir. Okay, bleib bei mir. Und wenn uns jemand sieht. Nee. Falls du den Zettel nicht gelesen hast. Okay. Wer ist O'Brien? Hallo? Du warst mal mit ihm zusammen im Hubschrauber, ey. Alle so vergesslich, die Leute. Wer ist O'Brien? Wie gesagt, über ihn habe ich dich gefunden. Er war einer der Nero-Leute in dieser Nacht, als ich dich in den Heli gesetzt habe. Nero? Ja, ich weiß. Oh, scheiße. Weaver. Weaver. Der hilft jetzt auch noch. Runter, runter, runter. Genau. Private. Hören Sie überhaupt zu? Konzentration, Mann. Der kann ist da. Der da. Er hilft uns. Oh, nice. Und ich will ihn nicht umfallen sehen. War zum Glück nicht nur dummes Gelaber von Ihnen von wegen, hey, du bist wie ein Bruder. Ja. Ja. Ja, Gott. Okay, warte. 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 Außen. Okay. Ja. Die fliegen schon die ganze Zeit. Was? Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Was will ich machen? Der Arsch zeigen, oder was? Soldat. Was machen Sie da? Tut mir leid, Ma'am. Hier ist Sperrgebiet. Sie widersprechen Ihrem Offizier. Wissen Sie, was Sie bei... Hey, was? Okay, da hat mal wieder die Hexe von Wizard Island gezeigt, was sie kann. Willst du den auch ablenken? Warte, den... Da können wir doch von hinten ran. Oh, sie macht das. Sie will auch mal. Ja gut, wir wissen es, du kannst es auch. Das geht mir aber ein bisschen viel zu glatt. Irgendwas passiert oben noch. Echt? Du, äh... Du willst mit mir nach Lost Lake kommen? Aber ich, äh... Ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Tun wir auch, aber... Ich will ihn sehen. Er ist wie ein Bruder. Ist ja nicht so, als hätten wir noch viel Familie. Verstehst du? Halt! Ich lenke Sie ab. Hey, was? Sehr gut. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Soldat! Kommen Sie her! Ich sehe Tageslicht. Komm schon, wir sind gleich draußen. Okay, das war's. Wir sind oben. Aha. Haben wir wirklich alle Raketenwerfer abgeschaltet? Nur das eine Ding? Die müssen doch hier bessere Verteidigung haben gegen Helis. Okay. Wir haben's geschafft. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Brian? Er kommt gleich. Er kommt gleich. Wir müssen mal sagen. Dies ist der Gipfel des Berges. Beachten Sie die wunderbare Aussicht. Oh, Lieutenant. Ich zeige unseren neuen Rekruten hier gerade die Insel. Wir wollten gerade runter in die Arche. Kommen Sie doch mit. Meine Herren, das ist Lieutenant Whitaker. Sie leitet den Teil des Forschungsteams, das den Einsatz von Gift gegen unsere Feinde untersucht. So. Nicht dein Ernst. Hey! Nein! Zurück! Er hat die Camps verraten. Nein, jetzt fliegen die wieder. Shit! Skizzo, der Wichser. Oh, sorry. Sag mal nicht im Video. War ja wieder klar. Ich wollte Ihnen gerade sagen, dass wir auf Besorgungstur gehen. Er ist ein Mörder und ein Spion. Warum sollten Sie Ihnen mehr glauben als mir? Sie kennen mich, Matt. Iron Mike, der Anführer des Camps Lost Lake hat ihn geschickt. Das ist völliger Schwachsinn. Ich kenne dieses Arschloch nicht mal. Körne, Sie müssen mir glauben. Es reicht! Okay. Ich höre. Ich schwöre Ihnen, er ist ein Spion. Matt, der Kerl ist verrückt. Sie kennen ihn doch gar nicht. Er taucht hier einfach so auf und Sie wollen ihn nicht auf. Aus welchem Camp soll ich deiner Meinung nach kommen? Sie glauben, ich liebe das? Ist es das? Ich lüge nicht. Er soll seinen Rücken zeigen. Was? Zeigen Sie Ihren Rücken. Was reicht jetzt? Das ist die letzte Warnung. Wir werden der Sache jetzt auf den Grund gehen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wie da deine Nächsten. Captain Corey, sagen Sie, ist das das achte oder neunte Gebot? Ich weiß es nicht genau, Sir. Sagen Sie, was Sie wissen. Keine Lügen, Sohn. Ich merke das. Im Lost Lake Camp hatte er eine Frau angekratzt. Was zur Hölle redest du? Corporal! Er hatte dabei kein Hemd an. Der Mistkerl hat ne Tätowierung. Auf seinem Rücken. Was satanisches. Eine Art Hund. Ein toter Hund, der sich durch eine Kette beißt. Als wäre sie aus Butter. Ich zog ihn von ihr weg. Er war betrunken und wehrte sich. Aber wer weiß, was ohne mich noch passiert wäre. Er soll seinen Rücken zeigen. Und dann sehen wir, wer ein verdammter Lügner ist. Tut mir leid, Colonel, die Scheiße ist einfach sowas von... Umdrehen. Sie tragen ein Bildnis des Cerberus. Dem Hund des Hades. Wie passend, dass man sie entdeckte, als sie der Unterwelt entstiegen. Aber sie sind nicht Cerberus, nicht wahr? Deacon St. John. Sie verbergen sich hinter Heiligen Armen. Ich hab niemandem was getan. Die Wahrheit ist... Er wurde aus dem Camp geworfen. Hören Sie mir zu! Was ist mit Ihnen, Lieutenant? Wie praktisch, dass Sie bei dem Drifter waren, als der Nero-Helikopter vorbeikam. Colonel, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie waren in einem Nero-Camp, das überrannt wurde. Wie lange spionieren Sie schon? Wie lange? Matt, ich schwöre, ich habe nicht... Mehr Lügen! Das erwarte ich von Driftern. Von Typen wie ihm erwarte ich, dass sie mich betrügen. Aber ein Offizier... Colonel... Ich war's! Ich war's! Colonel, ich habe gelogen. Sehen Sie in meiner Tasche, da ist das Funkgerät drin. Ich habe sie angefunkt. Und ich habe sie angelogen. Ich belog... den Lieutenant. Ich sagte, dass ich Hilfe bräuchte, um was zu überprüfen. Die Wahrheit ist, ich wollte nur eine Geisel. Deacon St. John. Drifter. Bist du da? Hier ist Nero. Hier ist... O'Brien. Drifter. Tut mir leid. Corporate St. John ist nicht verfügbar. Moment. Wer ist da? Manchmal wird, bei der Suche nach der Wahrheit, das Blut Unschuldige vergossen. Verzeihung, meine Liebe. Entlast, Private. Sarkozy, stimmt das? Ja. Und Curie. Sperren Sie den Drifter weg. Morgen um 0700 wird er verurteilt. Und er wird hängen. Lieutenant. Das reicht. Wir haben zu tun. So. Erzählen Sie mir doch vom Lost Lake Camp. Ja, Sir. Alles, was Sie wissen wollen. Lieutenant. Bitte. Na los. Aufstehen. Oh Gott, ey. Das ging ja ganz schön nach hinten los. Ausgerechnet Skiso, natürlich. Im bescheuertsten Moment sieht man den natürlich wieder. Und dann auch noch hier unten im Süden. War so klar. Der muss so was von endlich mal das bekommen, was er verdient. Ist so lange überfällig. Ich frag mich aber, was Curie. Kriegen wir Captain Curie vielleicht noch auf unsere Seite? Ich weiß es nicht. Den konnte man bisher immer am schlechtesten einschätzen. Ich mein, er hat gesehen, wie Deacon und Sarah sich geküsst haben. Da hat er schon so komisch geguckt. Hilft er uns vielleicht? Kommt O'Brien noch mal wieder? Wir brauchen ein Funkgerät. Und wie kommen wir jetzt überhaupt wieder raus? Ey. Mann. Das war vielleicht... Das Scheiß... Eine Scheiß-Situation gerade alles. Wurde er ausgesetzt? Gut. Ich wusste doch, dass Sie atmen. Leck mich. Das wollte ich hören. Das heißt, Sie sind wieder voll da? Arbeitslager, oder? Oder wurde er hingebracht? Okay. Warum? Dieses Tattoo. Ein Hundeschädel und die Kette. Sowas sieht man nicht alle Tage. Ich hab recherchiert. Vor Ihrer Befreiung. Ich wollte... Ich weiß nicht. Ich wollte das alles verstehen. Das hatte der Lieutenant an sich, als sie ins Camp kam. Ich glaube, das ist ihrer. Ja, das stimmt. Und Ihre Frau. Heißt nicht, Ben. Nein, heißt sie nicht. Und Sie haben die ganze Zeit nach... ... ihr gesucht? Ja. Sie fragten, warum? Es ist doch ganz einfach. So wie ich das sehe, verdient kein Mann, der auf der Suche nach seiner Lady durch die Hölle geht, durch einen Strick zu sterben. Moment, Moment mal. Sie helfen mir? Das bedeutet, dass man Sie auch hängen wird. Wir gehen nicht zurück. Der Colonel ist total verrückt. Heiliger Krieg, Genozid. Was soll der Scheiß? Ja, gut, was ist der Plan? Was haben Sie vor? Sie gehen nach Osten. Ja. Wir wollen bis nach Reno. Sie sollten mitkommen. Nein. Sie können nicht zurück. Die Miliz wird Sie sofort erschießen. Nein, ich werde nicht ohne Sie gehen. Äh, und ich muss nach Norden. Ich muss Iron Mike wahren. Dafür ist es jetzt zu spät. Wieso? Sie haben in der Nacht den Sanctiampas geräumt. Was? Ein Konvoi brach früh am Morgen auf Richtung Norden. Oh, Scheiße. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mitwollen? Ja, bin ich. Viel Glück für Sie, Dickensin, John. Hey, ja, ja, Curry. Harry, als ich dem Colonel von meiner Militärzeit erzählt habe, sagte ich, ich hätte jede verdammte Minute gehasst, aber vielleicht wäre es nicht so mies gewesen, wenn ich unter Ihnen gedient hätte. Wer weiß, das kann ja noch kommen. Zum Glück gibt es noch gute Leute hier in dem Spiel. Das waren wirklich gute Leute. Puh, das war ja eine Aktion, ey. Gut, dass Sie hier noch ein paar Sachen dagelassen haben. Alles mal mitnehmen. Waffen. Das sind ja bessere Waffen als meins. Nö, ne? Die war für Sie nicht schlecht. Hat genau den gleichen Schaden. Aber ein bisschen bessere Präzision. Aber das Magazin, ne? Das Magazin ist halt scheiße. Der Rest, der kann hier bleiben. Alter, Curry. Curry hat ja auch von seiner Frau erzählt, die er verloren hat, ne? Und ich glaube, wenn er die Chance gehabt hätte, seine Frau oder alles zu tun, um irgendwie seine Frau auch wiederzukriegen, hätte er das auch gemacht. Und deswegen versteht er einfach, Deacon, dass er, wie er schon gesagt hat, durch die Hölle gegangen ist, um seine Frau zu finden. Und dann sowas. Okay. So. Damit ist das Gebiet hier unten im Moment nicht mehr zugänglich. Camp Job 12 von 13. Nö, fehlt halt eins. Aber es ist ja auch niemand mehr da. Ja, Captain Curry ist auch abgehauen. Die fahren bis nach Reno. Er hat auch geschnallt, dass der Colonel nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und wir müssen jetzt hier durch den ganzen Pass Richtung Lost Lake fahren, da oben. Ich kann leider keine Schnellreise machen. Ich muss, ich muss den ganzen Weg fahren bis nach, bis oben zum Lost Lake Camp, bis zu Iron Mike. Und ihnen dann erzählen, was hier Skizzo auch für einen Scheiß gemacht hat, ey. Wow. Fahren zum Lost Lake Camp. Es ist nochmal richtig spannend geworden, ey. Die Folge heute war mega, oder? Also lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch mitgefiebert habt hier, wenn euch was gefallen hat. Und in der nächsten Folge brechen wir auf nach Norden. Also, ich hoffe ihr habt Bock. Bis morgen zur nächsten Folge von Days Gone. Macht's gut. Ciao.